Das ist Musik, Musik Habibi. Wo musst du zu Max Kruse gehen? Guten Morgen. 16 Elfer und zwar am Stück. Das ist Rekord, ich werd verrückt. Ich bin die Maschine. Max, 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 Max. Nur im Nationaltrikot, da lief es leider gar nicht so. Plötzlich nicht mehr mit im Boot. Der maximale Kruse. Na gut, dann halt Olympia, was leider auch ein Reinfall war. Dann lief er wieder Shisha-Bar. Der maximale Kruse. Willst du ne echte Type sehen? Dann musst du zu Max Kruse gehen. Kaiba! Spielt immer voll auf Sieg. Ja, sogar in der Conference League. Max, 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 Max. Ja, Schatz, wir sind ja jetzt schon ein paar Monate zusammen. Also fast ein Jahr und es war eine schöne Zeit. Und ich bin zwar nicht bei dir, aber obligatorisch hole ich den Ring raus. Ja, und wollte dich fragen. Also ich liebe dich und ich frage dich hiermit. Willst du WUMMS abonnieren? Ja, und hier sind noch ein paar Songs von Dennis und Jesko. Und hier noch was geiles von Funk. Und ja, vielleicht willst du ja auch meine Frau werden. Also ja, tschüss und schöne Grüße nach Deutschland. Vielen Dank.